75, da hat sich gerade ein Busch gelegt. Da hat er aber noch jemand, die Zone. Und wir müssen laufen, wir müssen... Scheiße! Ja, genau so. Der ist in den Busch. Ja, ja. Hab ihn, hab ihn, er ist tot. Ja, gut, aber da vorne. Oh Gott. Lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Wohin denn? In den Busch. Alter, die sind alle in den Häusern vercampt. Die sind alle in den Häusern, das kann nicht wahr sein, Mann. Oh shit. Jetzt robb dich weiter nach vorne, aber am Boden bleiben. Okay. Arme Benni, ist immer alleine. Pstst. Ich bin immer hier, jeder lässt mich alleine. Okay, stopp, bei dem Busch. So, die Leute, die Leute... Die Leute auf... Die... Bei den einem Haus, da sehe ich auf... Ich sehe einen, ich sehe einen, ich sehe zwei. Ja, die müssen alle jetzt rauskommen. Da läuft einer rechts. Oh, der hat eine Granate nach mir gebrochen. Ist doch egal, die... Nee, definitiv nicht so weit werfen, das war nur der Smoke. Tötet euch alle, bitte tötet euch alle, dass jetzt nur noch einer übrig bleibt, außer mir. Dann habe ich eine relativ hohe Chance. Hast du noch irgendwelche Painkillers und alles? Ja. Ein Painkillers. Da läuft einer raus links aus dem Haus. Ja, ich sehe, ich sehe. Aber die beschissen sich gegenseitig. Schmeiß alles ein. Das kann dein Leben retten. Okay, also rechts und vor dir, quasi. Gesandwisch, wie immer halt, ne? Ja. Und da kommt der nächste. Im Busch, okay. Vor mir im Busch, links an der Mauer. Die fangen wir mit dem Datsch. Bleib ruhig liegen, nicht bewegen. Don't move. Don't move. Ich flipp aus hier. Damit rechne ich ja keiner, dass du da jetzt noch auf der Frenze... Rechts läuft einer? Oben? Da rennt noch einer, ja, ich sehe ihn. Ich sehe sie alle. Ach Gott, die sind auch noch zu zweit. Hast du eine Granate? Ja. Soll ich sie da hinwerfen, mein Datsch hier? Wenn du es schaffst. Alter, ich bin mir zu bewegen. Ah, der hat schon, der hat einer gefressen hier. Lass mich mitten in der Zone. Pst. Pst, 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 pst. 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 Shit. Ja, ja, ja. Erschieß ihn, erschieß ihn. Ja, 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 gut, gut, gut. Erschieß ihn. Taktical Waiting. Du hast ihn nicht. Du musst ihn erschießen. Ja, schieß rauf. Ja, 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 ja. Alter. Okay, pst, pst. Soll ich jetzt an den Datsch hier mal da was hinschmeißen, oder? Nein, nein. Nee, da steht ja keiner mehr, oder? Doch, doch, da liegt noch einer. Da hat sich, glaube ich, wegbewegt. Was ist das für Geräusche? Du wirfst nur etwas im Notfall. Du schießt nur im Notfall. Fünf? Du liegst gut in der Zone. Zwei. Einer. Einer ist noch. Am Datsch hier? Links neben dir. Oder nicht? Das ist jetzt nicht gerade passiert, oder? Doch, genau das ist es. Sala, wir müssen einfach scheiße spielen. Benni hol's raus hier. Fuck. Oh, Mann. Aber wieso hast du jetzt null Kills? Ist der jetzt irgendwie anders gestorben, oder? Nee, ich hab zwei. Ich hab zwei Kills. Ach so, ich hab null Kills, vergiss es. Okay, du hast zwei. Oh mein Gott. Ey. Die haben sich gerade alle selber abgeschüttet. Benni liegt da im Busch rum. Macht sich da einen faulen Lenz. Shit. Der war gut. Also das war für mich jetzt ein sehr guter Abschluss. Das war moralisch, psychisch genau richtig. Oh, Mann.